Also wir machen jetzt mal einen Test, okay? Ich suche jetzt Solos, Crossplay aus, Do und Phil. Versucht mir mal hinterher zu joinen. Wir landen im Stadion und da seht ihr halt, dass das Spiel echt ein Problem hat, Digga. Dann merkt ihr echt, dass das Spiel ein Problem hat. Wenn das Spiel zehn Jahre alt wäre, wie Black Ops 2 oder MV3, whatever, und da Leute nachjoinen können, so leicht. Aber Bruder, weltweit 50 Millionen Spieler, 20 Millionen davon auf der Playstation 4. MV 4 Millionen oder so in Europa. Ja, Moin. Und ich werde immer gewummsen im Spiel. Also ich sage euch ehrlich, ich sage euch wirklich ehrlich, Warzone ist schon schlimm, was Streamsnipererei eigentlich angehen. Uff, Uff, Uff! Alles klar. Wisst ihr Bescheid, oder? Ach herrlich, ja. Perfekt oder? So lobe ich mir das, Digga. Schaut's euch an bitte, okay? Und ich knallte es schon gegenseitig ab. Also so 20 bis 30 Leute, 20 bis 30 Leute. Eher wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Auch Bruder, 30, 40 Leute waren das. Und es ist Es ist nicht so, als wenn wir eine spezielle Uhrzeit abgemacht hätten, wo wir uns verabreden. Sondern, ich habe einfach nur kurz gesagt, versucht mir nachzujoinen. Ich habe sogar während der Suche die Lobby verdeckt, damit man nicht sieht, wann ich in ein Spiel reinkomme, wann ich. Oh nein. Warum? Er hat RPG, Digga. Guckt euch das an, wie die... Er hat keinen Aim, Digga. Er ist das schlechteste Spieler aller Zeiten, aber er hat eine RPG, Digga. Und, und, und... Ach, Digga, schießt mir das Ding in mein Ohr noch. 13 von 14 Gulag heute. Oha. Hui. Maschallah. Hör ich da jemanden, oder? Havall, gib mir einfach nur ein Köfte-Spieß. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hey. Ach, Digga. Also, tut mir leid. Mehr als das... Ach, komm ey. Fick. Ach, komm. Scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde trotzdem, dass die Schrotflinte zu viele Schuss braucht. Also, drei... Ah, weiß nicht. Und im Übrigen, ihr seht wieder, eins, zwei Autos. Hier vorne war eben noch ein LKW. Irgendwo da vorne ist noch ein LKW. Also, insgesamt wieder drei, vier Autos jetzt gerade am Start. Womit das zusammenhängt ist, ich habe Crossplay gerade wieder ausgemacht. Und ihr seht, das Problem ist halt einfach... Da kommt der nächste. Das Problem ist halt einfach ganz klar bei Crossplay, Digga. Der eine fährt hier halt wirklich mit seinem Auto hoch, ne? Digga, er fährt halt wirklich das komplette Treppenhaus hoch, Digga. Verpiss dich, man, ich den von hinten mufte, Hund. Geil, komm, überfahr mich, Digga. Du darfst mich überfahren. Komm, überfahr mich, komm. Überfahr mich, Digga. Du bist Ehrenbruder. Ich wusste es, dass der so ein von hinten mufte. Ja, ja, ja. Geil, Digga, er hat ihn doch gefickt. Nice, guck mal. Karma kam es weg, du Hund. Puh. Geil, Digga. Er ist den kompletten Weg nach oben gefahren. Ehrenmann, Digga. Habt das... Ihr wahrscheinlich, oder? Ja, und natürlich sterbe ich wieder außerhalb der Sohn. Schaffe ich das noch? Noch. Soll ich noch schaffen. Du dummste Sch... Sohn! Kein Abwichser-Camper da die ganze Zeit, Digga. Was ist denn hier geflogen gerade? Was? What? Wieso war das keine... Kein Kill, Digga, am Anakoy-Double. Nein. Ich möchte die Sniper! Na, perfekt, Digga. Ich kann meine Sniper nicht mehr aufheben. Nice. Korrekt. So ein verficktes Dreckspiel! So ein verficktes Dreckspiel, Digga. Also... Imagine... Ich geb ihm zwei Shots mit der Sniper, Digga, aus... Ich hab da echt keinen Bock mehr drauf. Nee, Digga, da quitt ich auch einfach raus aus der Runde. Also so ein Witzspiel... Na, warte. Und so. I'll be the driver. Oh, Wendekreis, Digga. Wie ein Trecker. Da vorne ist jemand. Und wenn er C4 hat, Digga, bin ich am Arsch. Hast du C4, mein Junge? Du hast keinen C4, oder? Bruder, das lassen wir einfach unkommentiert stehen, Digga. Knossi, bist du's? Kapi? Maschallah, mir geht's gut, Digga. Face-Clan. Meine Fresse, Digga, was war denn bei dir los? Ah, ah ja. Boah. Digga. Was war denn los? Er kommt hier mit einer K an, Gerutscht, Digga. Hier wird er nie wieder landen, Digga. Sein bester Nut war das nicht. Einfach nur K, Digga, der Arme. Frage beantwortet. Na, wo seid ihr? Buff-tot. Oh, herrlich, Digga. Was? Was? Dass man das immer so machen muss, Digga. Mann. Oh. Wo ist denn der scheiß Helikopter? Ah, unter mir, okay. Ich glaube, ich werde jetzt riskieren. Scheiß drauf auf die Runde, Digga. Oh, die haben da sogar einen Fight. Abgezogen. Aha, guck, da schießt doch schon jemand auf mich. Ich habe keine Ahnung von wo. Ich bin so lüge, der Headshot. Hallo, mein Freund. Ich bin einfach der echte, Digga. Der aller, 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 aller echte. Mit der Sniper, da fühle ich mich wohl, Digga. So ein Ding ist das. Och, Bruder. Au, 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 au. Jetzt auch den dritten. Ja, der scheint wohl Hände zu haben. Angeknackst. Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich beide tot. Hier, Knäuße, komm her. Lass liegen, lass liegen. Knäuße, ne, Mann. Liegt doch, hier, Bauchtasche. Du Blindforsche. Handtasche, ja. Mir fehlt noch Panzerglas. Dass ich ein bisschen was habe. Ich habe kein Panzerglas. Ja, Knäuße, komm her, komm her, komm her. Ich bin mir genug Kohle. Ja, nur noch einmal, Junge, mit deiner grünen Fortnite-Pistole. Ach nee, doch, du hast die grüne Fortnite-Pistole. Warte, klar. Geil. Gib mir, dass ich mal voll habe, in Handtasche. Nee, 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 geht nicht. Deine Pistole noch in Handtasche für Frau. Ja! Wir gehen. Macht euch keinen Stress. Opfert euch für den König. Geh vor. Ja. Aber die haben in dem Update jetzt noch nicht die Krone. Knossi, komm mit, komm mit, komm mit. Big Mac, Clip, bitte. Ey, dann kommt irgendeine Scheiße, wenn du schon sagst, Clip, was für Clip. Mehr Deckung. Oh, ja, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich sehe Gegner, ja. Ah, okay, okay, ist der beste. Nicht rausgucken, Digga, nicht rausgucken. Ich kann aber eine Kugel schmeißen, ne? Nein. Ja, probiert, Knossi, guckt. Ich sehe keinen. Ah, doch. Ich sehe einen Blinzeln, da ist jemand. Ich halte hier unten die Augen offen. Ihr bleibt oben. Scheiße, der Schuss war nicht schlecht, ne, Jack? Der Schuss war nicht schlecht. Und Hunter Struhe. Ja, ja, ja. Geh da nicht raus. HB-Zensor zeigt auf 65 Gegner an. Big Mac Clip. Warum Big Mac Clip, du bist doch nur hier rumgelaufen. Ja, war lustig, Digga. Was war denn daran lustig? Ja, ja, vor uns Gegner, genau, bei der niedernden Markierung, Digga. Okay, wenn ihr was seht, sagt mir Bescheid. Ich will jetzt killen, ich bin zum Killen hier, versteht ihr das? Ich bin zum Killen gekommen. Was liegt denn hier? Oh. Willst du mich verarschen, oder was? Ich denke, warum liegt das so eine Hand? Ich wollte die Handtasche aufnehmen. Ich wollte die Handtasche aufnehmen. Ich dachte, das wäre so eine Handtasche. Los. Ich glaube, über mir sind Gegner, Digga. Bleibt cool, bleibt cool. Bleibt mal ruhig kurz. Soll ich Klabusterperle hinlegen? Nein, gar nichts. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich probiere es. Ne, Knossi, geh du mal vor. Was, geh du mal vor? Geh du mal vor, Knossi. Zeig mal deine Eier. Warum bist du so ein Mensch? Geh vor. Bin ich dein Kanonenfutter? Geh hoch. Alles gut, Digga. Ich habe nur geschossen, Digga. So, geh mal hoch. Da hinten sind Gegner. Ich habe es nicht. Big Mac Clip, danke. Perfekt, Digga. Gut positioniert, Kapi. Ah. Okay. Ach. Ja, okay. Ins Fenster rein, Digga. Ja, gut. Okay. Da war wohl der Dachdecker ein bisschen fahrlässig. Hat ein Loch nicht zugeklebt. Gut. Okay. Null. Digga, ich sterbe durch die Kiste. Nein. Also das ist halt einfach, das kann ich so nicht akzeptieren, Alter. Sehr gutes Spiel. Ohrson, mal wieder an der Stelle, Digga. Ich laufe gegen die Kiste und sie tötet mich. Ah, da ist noch einer. Aha. Oha, der piekt auf mich mit der Sniper. Uff. Moment. Ja. Digger, hat er nicht gerade gemacht. Bruder, dieses andere, er meldet mich gleich als Hacker-Ding. Wollt ihr noch mal kurz gucken? Oh mein Gott, Alter. Boah, was macht der denn? Na, guck mal. Oha, da sind zwei, Digga. Guck mal. Boah, der arme, Digga. Herrlich, Digga. Er war so auf Schleichermodus dem anderen hinterher. Null. Ja, mir. Mir beide. Ja, mir beide. Wusstet ihr das nicht, Jungs? Er war so im Schleichermodus der arme, Digga. Null. Der allerechte, Digga. Ihr kennt ihn. Der aller, aller, aller echte, Digga. Digger, was ist denn mit der Matt los? Hä? Hier ist alles Toddy. Hier wieder. Gut, gut. Ja, moin, Digga. Perfekt. Beste Leben, Kappa. Bitte. Och, Mann. Ach, das ist zum Kotzen, Digga. Er hat sich selber gedowned, du Duli. Du dummer Idiot. Du, du. Ach, scheiß drauf. Egal. Aber das war's wert, Digga. Er hat sich selber gedowned. Ja, da wär's von allen Seiten abgefuckt. Okay, gut. Aber, Digga. Dass er sich selber mit seinem Luftschlag gedowned hat. Du dummer Idiotensohn. Du kleiner, dummer Idiotensohn. Tsss. Bis zum nächsten Mal.